Dieser Tag ist dann meistens der Sonntag, ja, und der Sonntag ist dann herrschungstille und am Montag im Büro schreibe ich euren Weg und entschuldigt mich bei ihr. Liebes Schatze, wir sind jetzt seit fast nun drei Jahren zusammen und jeder Tag mit dir ist schön. Was heißt schön? Es ist ein von Gott gegebenes Geschenk, jeden Tag nimm dir einzuschlafen und morgens wieder nimm dir aufzuwachen. Und komm ich mal zu spät ins Schlafzimmer und das Licht ist aus und du bist schon da, dann läuften deine wunderschönen Augen mir den Weg. Schatzi, ich liebe dich, ruft sich. PS, ich wollte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass dein Hintern genau die richtige Größe hat. ARD Text im Auftrag von Funk